So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Ich habe mal wieder völlig vergessen, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Das ist zwar noch gar nicht so lange her, aber... Was denn da? Herrenhaus? Ach, das sind hier die einzelnen Miriams Lager. Alles klar, okay, das hilft mir nicht wirklich weiter. Ich brauche noch ein paar Klunker. Ich weiß allerdings nicht, wie viele ich für Hinkebein brauche. Woher ins Grenzland soll ich? Was ist überhaupt meine Mission gerade? Ich glaube, New York und Boston gab es irgendwie was. Kann ich mich da nicht direkt hinreisen? Nein, natürlich nicht. Scheiße. Ah, ich muss sowieso noch... Jetzt klicke ich mich hier dumm und dämlich. Ich muss sowieso noch nach Boston, glaube ich, einmal. Wegen, weil irgendjemand da was haben wollte, was ich abholen sollte. Und ich muss noch ein Gebiet befreien. Deswegen muss ich mal sehen, ob ich das nicht gleich jetzt mache. Und bevor es dann nach New York geht, die restlichen Sachen dort besorgen. Und so, ne? Oh, klasse. Wir sind immer noch... Scheiße, dass ich das jedes Mal vergesse. Ich habe eben gerade schon gedacht, als ich da auf den Baumstamm zulief... Oh, Davenport hat doch auch sowas. So ein Zufall. Ab ins Grenzland. So, dann wollen wir mal sehen. Ups. Oh, jetzt habe ich hier eh gedrückt. Ich... Bleib hier! Geht doch. So, ohne Feder voraus. Meine! Alter, wie viele Federn gibt es hier bitte? Alter Schwede, nicht schlecht, nicht schlecht. So, dann wollen wir doch mal sehen, wie wir die am besten erreichen können. Die ist da unten irgendwo. Das heißt, wenn ich hier runterhüpfe... Uiuiuiuiui. Alter, was für eine Landung, was? Kranker Scheiß. Jo, genau. Am Arsch. Okay, warum klettert er jetzt hier hoch? Wer ist das überhaupt hier? Keine Ahnung, ich töte ihn jetzt. Irgendwie habe ich dabei ein mieses Gefühl. Aber ich habe es überlebt. Also scheiß auf mein mieses Gefühl. Jawohl, ja. Eine von zwei Federn. Wo geht es denn jetzt weiter? Oh, da ist Attentats, Auftragsattentat. Können wir auch mal gleich mit annehmen, ne? Hier ist der unten. Ja, genau. Das wäre... Fast gar nicht irgendwie hier gefährlich oder so. Oder tödlich. So, runter hier. Ja, genau. Jawohl, ja. Das kam doch geil. Yeah, nice. Bock doch. Was sind das hier für Spacken? Sind das Templer oder so? Egal, ich töte sie. Ah, jetzt weiß ich, wo wir hier sind. Jetzt weiß ich, wo wir hier sind. Alles klar. Ja, klar. Klar, dass hier so viele Feinde sind. Und... Das ist, ähm... Ach, wen haben wir da noch eliminiert? Da kam ich da unten übers Wasser angeschwommen. Den Steg da hoch und so. Ey. Alter, was habe ich gerade? 16 Trains nur. Zack, zack. Die haben aber gar nichts drauf. So, den soll ich eliminieren. Zack. Erledigt. Ohne Ziegel. Kann man die streicheln oder so? Tatsache. Oder ein Ziegel. Bin ich behindert? Ein Schaf ist das. Nee. Oh, das hat die Pussy da unten gesehen. Zack. Alter. Fresse bekommen. Alter, steht das schon wieder hier? Mal wieder Neustart. Dass ich mal wieder Neustarten musste hier. Nein, gefällt mir gar nicht. Ja, ich würde sagen, jetzt wo wir alle federn, oder ich glaube mal, ich vermute mal, dass alle federn jetzt auf den Karten sind. Ich habe ja schließlich alle gekauft, dass ich mir dann auch alle unter den Nagel reiß. Ich habe noch keine genaue Vorstellung davon, was das jetzt endlich bringt, aber... Warum nicht, ne? Lauf ich hier an irgendwas vorbei? Nee. Nun würde ich sagen, laufen wir hier ein bisschen nach Süden. Nehmen da alles mit. Und so. Mal wieder ein bisschen Grenzland hier. Grenzland-Action. Oh, ein Bär. Wie geil ist das denn? Daneben. Zack. Und zack. Und... Jawohl, ja, da haben wir es erledigt. Äh, es? Ihn. Alter Schwede, ein fetter Bär hier. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, war das unser erster Bär? Ich wollte gerade sagen, der schwebt in der Luft hier, der Ast. Der umgeknickte. So geht's. Jawohl. Ich markiere mir gleich das nächste Ziel. Eine schöne Kiste mal wieder. Ein Schatz. Gibt es hier denn noch Klunker? Jawohl. Da ist noch ein Klunker. Eins. Zwei. Zwei Klunker sehe ich hier gerade noch. Alter, wie viel ist denn da oben? Heilige Scheiße. Und was ist das für eine Mission? Eine Jagdgesellschaft. Oh, cool. Alter, ich sehe schon, hier gibt es ohne Ende wieder. Aber erstmal zur Kiste. Da ist auch gleich ein Aussichtspunkt. Noch ein Bär? Wo? Wo ist der Bär? Da ist er! Juhu! Daneben! Jawohl. Kriegt erstmal hier was ab. Und noch einmal. Zack. Und dann haben wir gleich unseren zweiten Bären hier erlegt. Sehr schön. Das kann man sich ja auch richtig gut verkaufen hier. Bärenfell und sowas. Ich will... Ne, ich knall ihn nicht ab. Oh, das kam ja mal richtig geil. Oh. Ja, die, ähm... Quick-Time-Events sind immer dieselben. Also nur in anderer Reihenfolge. Immer E und dann cool. Maustaste oder Leertaste. Bisschen schade finde ich das. Aber damit kann ich leben. Oh, und ich lande genau auf dem Stein, oder was? Ja, genau. Ich bin noch voll im Wasser gelandet. Was hat der denn? Mensch. So, da oben ist ein dicker, fetter Leuchtturm, was wahrscheinlich der Aussichtspunkt ist. Ich freue mich schon drauf. Dazwischen gibt es aber nicht irgendwie noch irgendwas. Ne. Gut. Der Schatz wird meiner sein. Hoffentlich ist da mal wieder ein bisschen was dickeres drin. Ne? Nicht immer nur so Kleingeld hier. Ich will mal wieder so 10.000 haben oder so auf einmal kriegen. Das wäre richtig geil. Dann könnte ich mir mal wieder ein fettes Upgrade kaufen. Wobei, ich glaube, das nächste Upgrade für das Schiff, für die Akida, wird, denke ich mal, oder werden die Kanonen sein. So, da oben muss ich kurz hin, wenn ich schon hier bin. Na, hier komme ich, glaube ich, hoch. Jawohl. Zack, zack, zack. Jawohl, ja. Uh. Ich würde mal sagen, da komme ich, glaube ich, sogar so noch hin. Jawohl, ja. Ja, zack. Direkt erledigt hier. Oh, verdammt, der hat mich gesehen. Naja. Zack. Q und E. Und jetzt läuft es erstmal ein bisschen weg. Ja, ja, lauf ruhig. E. Und jetzt E. Und Q. Ja. Heizt's Maul. Zack. Mein Fell. Und das hier gehört auch mir. Jawohl. Sehr gut. So, aber jetzt weiter nach Plan. Ich wollte mir hier den Schatz in einen Nagel reißen. Habe eben hier nur kurz den kleinen Abstecher gemacht. Für die Feder. Na, wenn ich schon dabei bin. Na, ich muss mal sehen. Ich, ich, es ist, es ist natürlich immer blöd, alles zu sammeln und so. Weil viele finden das natürlich langweilig. Aber ich will alles haben. Also, findet euch damit ab. Nein. Wenn das nun mal ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Sehr gut. Sind da. Oh, cool. Bier. Geil. Muss sein. Magentropfen. Gürtel. Möbel haben wir bekommen. Uh. Papier. Ja, klar. Ganz wichtig. Ein Pferd ist auch direkt hier. Ja, das ist doch optimal. Ich könnte zwar auch die Pferdepfeife nehmen. Fällt mir gerade ein. Warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht? 2,5. Na, gut. Boston. Ach so, das ist der Leuchtturm hier. Boston Light. Alles klar. So, dann synchronisieren wir mal. Ich trinke einen Schluck. Oh, ja. Finde ich gut, dass hier automatisch die Kamera in Richtung. einen Koihaufen drehen. Na, scheiß drauf. Danke für das Pferd. Alter, sehr sicherer Weg hier. Oh, Abenteurer. Warum nicht? Mach ich das doch auch gleich. Na? Oh. Hab ich mich selbst abgefackelt hier, oder was? Er steht aufrecht wie ein Mensch. Doch sein Körper ist mit dichtem Fell bedeckt. Er geht langsam und taumelnd. Ich sah ihn mit eigenen Augen. Er ist schlau. Hält immer Distanz oder bringt Hindernisse zwischen uns. Als wüsste er, wo ich hingehe, bevor ich dort bin. Wo er ist, verschwinden Dinge. So viel ist sicher. Alle Arten von Plunder. Stahl die Hirschgeweih-Trophäen eines Mannes aus seiner Hütte. Stiehlt Beute aus Fallen und reißt sie mit seinen Pranken auf. Jemand sollte ihn finden und der restlichen Welt seinen Kopf präsentieren. Wenn das der Kerl da eben war, der geredet hat, dann kann er ziemlich gut Bauch ebnern. So, wo ist denn... Hier ist noch ein Aussichtspunkt direkt. What? Na ja, gut. Gehört dazu. Nehmen wir mit. Wieder mal ein Baum. Wieder mal ein Baum. Finde ich ganz gut gemacht. Mit den Bäumen nur... Na ja, es ist immer exakt dasselbe. Ich hatte bisher... Na ja, bis auf den einen Baum da im Winter immer nur dieselben. Und trotzdem komme ich damit nicht klar. Ein Beweis meines Könnens. So. Hier ging es hier hoch, ne? Jawohl. Ne? Wie gesagt, inzwischen kenne ich es schon recht gut. Ah. Sehr gut. Sehr gut. So. Oh, ein Glück. Dass er das auch ein bisschen korrigiert. So kleinere Fehler. So, dann würde ich mal sagen, da ist gleich die nächste. Und ich hole mir ein Pferd. Juhu. Ja, ich wollte aufs Pferd. Ja. Sehr gut. Ah. Nase juckt. Ah. Na schade. Ich wollte den Hasen überreiten. Oh, Konvoi angreifen. Oh, konvoi angreifen. Ja, wohl ja. Natürlich. Ihr werdet nicht angegriffen. Ihr werdet erledigt. Das ist ein feiner Unterschied. Sack. Und shit. Vielen Dank.